So, ich reagiere jetzt auf ein letztes Mal von Elif. Let's go! Es ist ein anderes Musikvideo, also Elif hat da irgendwie ein Anime daraus gemacht. Ich finde das so richtig geil. So ein 2 Minuten Anime Intro. Das ist halt schon geil. Der Beat hat mich bis jetzt gepackt, die ersten 7 Sekunden. Meine Nummer auf dem Phone, du bist Horny. Geil. Das Video gefällt mir sehr und was mir noch sehr gefällt. Ihre tiefe Stimme. Also ich mag diese tiefe Stimme von Elif sehr. Das ist halt auch bei Sliderfall. Ich mag diese tiefe Stimme einfach. Also diese tiefen Frauenstimmen. Zumindest beim Gesang ist das halt so. Ich weiß nicht was ich will, du auch nicht. Das mit uns wird gefährlich. Blaulicht. Lüg mich an, gib mir mehr davon. Mir egal, denn mein Herz ist gone. Aber ihr Flow ist halt nice wegen dieser Betonung, wie sie die Lance betont. Gib mir bitte mehr davon. Ich feier das gerade. Du weißt keine Liebe, sondern ein Rauschgift. Alles was ich weiß, ja ich brauch dich. Ich habe keine Ahnung, was du mit mir tust. Es kommt mir alles vor wie in einem Deja Vu. Wer erlöst mich irgendwann von deinem Fluch? Es zieht mich. Die Bridge hat mir gefallen, aber das Wort heißt nicht Deja Vu, sondern Deja Vu. Es heißt Deja Vu. Deja Vu ist irgend so ein Anime-Sorgen. Es zieht mich immer wieder zu dir. Kann mich nicht mehr wehren. Das mit uns wird eskalieren. Und dein Herz wird sterben. Lieb mich ein letztes Mal. Nur noch ein letztes Mal. Wie lang bist du noch wach? Wann ist das, dass die Hook so richtiges Gänse hat? Ich habe auch richtig mit dem Kopf mitgenickt. Und was ich auch in dem Video geil finde, ist der Regen. Das gefällt mir richtig. Das sieht richtig schön aus. Wie lang bist du noch wach, baby? Mit deinem Wagen durch die Nacht, baby, baby. 4.30 Uhr auf dem Parkplatz. Und wir bleiben bis zum nächsten Tag wach. Ich feiere das gerade so richtig. Ich finde das gerade so richtig geil. Ohne Scheiß. Scheinen wie das Mondlicht. Wissen beide, dass das nicht für immer ist. Liebe ist nur echt, wenn sie weh tut. Baby, kommst du mit oder gehst du? Ich habe keine Ahnung, was du mit mir tust. Es kommt mir alles vor wie in einem Deja Vu. Aber ich muss euch sagen, ich habe die vor drei Wochen circa entdeckt. Und ich fühle sie so richtig. Also ich fühle Elif. Wer löst mich irgendwann von deinem Fluch? Es zieht mich immer wieder zu dir. Kann mich nicht mehr wehren. Das mit uns wird eskalieren. Und dein Herz wird sterben. Lieb mich ein letztes Mal. Nur noch ein letztes Mal. Der Flow ist so richtig nice ohne Scheiß. Also Elif hat wirklich einen richtig geilen Flow. Was steht da um No Time for Romance? Was steht da für Cappy? Aber dieses Anime Video. Ich feiere so richtig. Es ist so richtig geil. Ich weiß, ich wiederhole mich sehr oft mit diesem. Ich feiere so richtig. Aber es ist einfach so. Warte. Ich würde das noch ein paar tausend Mal liken, aber es geht ja leider nicht mit nur einem Kanal. Ja. Ist auf jeden Fall ein geiler Song. Ja. 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 Ja.